Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute senden wir Ihnen alle 24 Stunden die neuesten Nachrichten. Florian Silbereisen erstickte daran, die Gründe zu teilen, warum Beatrice Egi mit Corona infiziert war. Dies sind unerwartet die Gründe, warum sich das Schweizer Mädchen Beatrice Egi mit der Corona-Krankheit infiziert hat. Abonnieren Sie den Kanal, um über die neuesten Nachrichten auf dem Laufenden zu bleiben. Bitte kommentieren Sie, damit wir die Qualität der Videoinhalte verbessern können. Florian Silbereisen erstickte daran, die Gründe zu teilen, warum Beatrice Egi mit Corona infiziert war. Dies sind unerwartet die Gründe, warum sich das Schweizer Mädchen Beatrice Egi mit der Corona-Krankheit infiziert hat. Laut unserem Promi-Kanal haben wir heute die Ursache der Infektion von Beatrice Egi erfahren und aufgeklärt. Wir werden folgende Gründe mit euch teilen und klären. Davor im Jahr 2020 war Beatrice Egi einmal mit Covid infiziert, damals wurde Beatrice Egi aber zeitnah behandelt und auch schnell wieder genesen. Doch aus Gründen der Hintergrundkrankheit der Schweizer Sängerin Beatrice Egi wagte es nicht, Medikamente zur Corona-Bekämpfung zu spritzen. Es ist sehr traurig, dass Beatrice Egi nun zum zweiten Mal mit Corona infiziert ist. Beatrice Egi hat diesmal nicht so viel Glück wie beim letzten Mal, denn Beatrice Eglis Gesundheit ist derzeit sehr schwach. Da Beatrice Egi vorher viel getourt war, war das vielleicht auch der Grund, warum Beatrice Eglis Gesundheitszustand sich verschlechterte und sie anfällig für Krankheiten machte. Beim Teilen von Beatrice Egi vor der Quarantäne teilte sie mit, dass sie einfach nur krank sei und schnell wieder gesund werden würde, um zu den dienenden Fans zurückzukehren, aber sie habe nicht erwartet, dass Beatrice Eglis Krankheit immer schlimmer werde. Seit Beatrice Egi mit Covid Florian Silbereisen infiziert war, war Beatrice Eglis Liebhaberin immer unruhig. Viele Auftritte von Florian Silbereisen wurden verschoben, weil Florian Silbereisen nun keinen Willen hat, ohne Beatrice Eglis glücklich auf der Bühne zu stehen. Florian Silbereisen teilte die Nächte, in denen er die ganze Nacht aufgeblieben war, nur um Bilder anzuschauen und Beatrice Eglis durch den Telefonbildschirm zu folgen. Bewundern Sie die süße Liebe von Beatrice Eglis und Florian Silbereisen. Florian Silbereisen sagte unserem Promi-Kanal, als er die mutige Entscheidung traf, dass Florian Silbereisen ohne Beatrice Eglis nicht leben könnte. Vielleicht ist dies wahre Liebe, die Florian Silbereisen nicht verlieren möchte und die aktuelle Liebesgeschichte nicht wie die Vergangenheit von Florian Silbereisen aussehen lassen möchte. Betrachtet man die Mimik und den Tonfall von Florian Silbereisen, können wir beim Interview mit Florian Silbereisen deutlich die Gedanken und Ängste von Florian Silbereisen erkennen. Florian nannte immer den Namen Beatrice Eglis und die tiefe Traurigkeit von Florian Silbereisen wurde immer deutlicher, als Florian Silbereisen seine Emotionen nicht mehr kontrollieren konnte und er vor der Kamera des Promi-Senders in Tränen ausbrach. In vielen Interviews mit vielen Prominenten, aber das ist wohl das erste Mal, das uns sehr traurig macht, wenn die Bilder und Emotionen der Hauptnamen Florian Silbereisen und Beatrice Eglis so gut miteinander vertraut sind. Wer nicht auf die Liebesgeschichte des Paares Florian Silbereisen und Beatrice Eglis achtet, fühlt sich vielleicht ganz normal. Aber diejenigen, die folgen und ihre Fans sind, werden sicherlich spüren, wie sehr Florian Silbereisens Liebe zu Beatrice Eglis ist. Bitte hinterlassen Sie unten einen Kommentar, damit wir den Inhalt verbessern können. Wünsche dir Momente der Entspannung und des Spaßes. Wir sehen uns morgen in den neuesten Nachrichten.